Hallo Maus, na wie geht's? Komm mit Kleines, ich zeig dir die Welt. So hast du dir das vorgestellt. Aber jetzt sind sechs weitere Suffköpfe da und du traust dich nicht. Du hältst zwei Finger neben dein Glas und schon ist es wieder voll. Voll geschenkt. Vom Geschenk höchstselbst. Von der Maus. Die Sau schenkt aus, als gäbe es kein Morgen. Und morgen ist tatsächlich total egal. Du könntest für immer in diesem Moment baden. Was für eine Frau. Erst warst du dir gar nicht so sicher. Aber jetzt haupt sie dir die Sinne. Einfach wie sie ist. So natürlich. Hier zwischen den Suffköpfen. Sie hört sich das Geseier an. Füllt den Sprit nach, bevor er vermisst wird. Ganz natürlich. Wie ein Tanz. Sie kennt jeden wie die Innentasche ihres Victory Bluesons. Wie die Seitentasche ihrer Bleach Jeans. Wie die Schleife auf ihren eng geschnürten Deichmann-Outdoor-Boots. Vorsorglich wird jeder bis zum Rand gefüllt. Und wenn du sie so siehst, merkst du, dass es hier den Bachelor gar nicht braucht. Denn du selbst reichst vollkommen. Fantastisch. Zwei Finger ans Glas. Maus. Süße, eifrige Sau-Maus. Der Senator lacht. Langsam füllt sich das Glas. Und jetzt? Jetzt zieht sich die Kecke-Sau aus und rührt mit ihrer Brust in deinem Glas herum. Du lässt es geschehen. Wie ein Stein siehst du sie ernst an. Und Maus ist ein Pferd. Ein weißes Pferd. Riesengroß und überall Pferdefleisch. Sieht dich mit großen, treuen, feuchten Augen an. Und dir wird warm ums Herz. Du sitzt auf einem Pferd an der Bar. Und die anderen Penner auf dem Boden. Jeweils mit einem Ruf in der Fresse. Feinsäuberlich Müllt das Pferde rund ihre Mundhöhlen. Maus sitzt bei dir hoch zu Pferd. Langsam lässt sie Fusel an dem Pferdebein hinab in die Saufmäulerin. Die gute, die holde Maus kann eine Flasche mit ihrem Pobacken hochheben und öffnen. Und sie singt. Maus singt ein Lied. Es handelt von dir. Sie sitzt nackt hinten auf dem Pferd und hält eine Flasche Portwein. Das Lied ist so schön, dass dir fast die Tränen kommen. Und auf irgendein Barocker wird gekichert. Und Maus lang zu. Haut dem Tyber ins von Latz. Das ist nicht unerhört. Das ist hier der Ton. Simpel und ehrlich. Und du siehst der Maus in die Augen. Hast dir etwas mitgebracht. Einen Kuss. Du beugst dich langsam vor. Die Bar ist verrückt geworden. Keiner kann mehr laufen. Und Maus verteilt Ohrfeigen. Liebe steckt in jeder Ohrfeige. Das darf sonst keiner. Denkst du. Du schützt die Lippen. Beugst dich weiter vor. Und sie schlägt dir herrlich eins in die Fresse. Ja. Vielen Dank.